hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde land of clans und ihr seht ich habe die location gewechselt aber erstmal begrüßen wir die anderen teilnehmer sag ich mal und zwar die bbk leute team admin sind wir team admin bei wir weil unser kanal nein ihr habt ihr nicht zum bbk wer will meine wer will meine secret form sehen ganz kurz und paul machen erstmal die andere weg sind immer noch nicht da und ich habe die location wechsel wo genau das ist sieht der zimmer auf dem menu mal einzeigen einen anderen kanälen ach ja was schon sagen wollte so eine geschichte immer wenn ihr bbk sagt es gab mein junger unserer klasse der der hat einmal kennt ihr dieses geräusch von hühnern das minecraft oder real life geräusche das hat er mal gesagt und dann haben wir den auch der wurde immer so abgeschmissen mit weißer kreide so dass das so immer hinten weiß war hat man so wie ich möchte ganz kurz bevor du weiter machst ich möchte an dieser einstelle mal hinzufügen kinder können richtig fies sein und mobben ist ganz böse ich wurde in diesem thema das war nicht mobbing oder so weißt du warum kann ich fliegen die ernsthaft warum kann ich fliegen ich bin nicht creative ja das war ich gestern also das war ich auch geb 1 nicht vielleicht ist was eben auch mal das ist so ein warte dann vielleicht gleich gleich bei modus er versucht das selbst selbst zu geben alter kommen die kaputt hier geht wieder auf den feldern rum hier und hier nicht kaputt okay noch mal dazu das war kein mobbing oder so weiter wir waren alle gute freunde das war jetzt kennt jedoch wenn man sich so zwischen unter freunden auf jeden fall hätte mal dieses punkt gesagt weißt du und wir wurden in der kasse mit so weiße kreide abgeschmissen weil die es so richtig lustig fanden und den dingen die am meisten abbekommen weil der ganz vorne saßen wir alle hinter dem ganz kurz stopp stopp mal ganz kurz was ist das da drüben für eine fackel habt ihr dort reingebaut ich war da drinnen sehr gut okay ich dachte jetzt irgend irgendjemand hat sich eine basis gebaut what the fuck total paranoid okay es weiter geht okay deswegen schaden habe ich noch nicht bei einer kunstunterricht weißt du habe ich ihnen so gesagt du kannst voll gut pokaken also eine frage wisst ihr alle was pokaken ist nein mein google ist also ich weiß es aber ich glaube ich möchte das jetzt nicht weiter erläutern ja genau und er wusste es halt auch nicht und dann meinte der hat er sich die klasse geschrieben ich bin der wukake king und dann traurig wurde der bkk king genannt weißt du das erinnert mich oder so ran wenn ihr bbk sagt das finde ich nicht nett von dir das finde ich echt nicht nett von dir das ist so sind die leute von bbk drauf aber ich finde ich ist ja nicht bkk sondern bbk weißt du aber man muss sagen es ist ein geiler gedanke aber man muss sagen es ist ein alter willst du mich verarschen schau mal was ich nur korporos grad geschrieben hat ich hab ja gar nicht so keiner will mit mir handeln was hat er schon diamant coins naja rein theoretisch kannst du dir diamant coins durch steine machen magst du könnten auch der mann können wir haben diamanten ob ich nicht diamanten ich habe fünf jahren gefunden vorhin das wird was den angelogen mal ganz kurz zeigen zeigen ich habe hier drinnen gestartet und stande hier und ich weiß aber an einer fackel geht es raus und so falsche fackel falsche fackel scheiße nein bitte nicht ja christian aber stopp die fackel hat man ein bisschen umändern ich grabe gerade die ganze den berg so runter und auf einmal bin ich wieder draußen ja das ist mir auch schon lustig lassen man kann sogar an die an die wand eine packel machen wo sogar ghostblock ist das ist übelst geil ich weiß niemand mehr wo das ist nein hier so hat das sogar zwei tieren oder was so okay also ganz kurz wir haben jetzt wie gesagt draußen unsere sachen zerstört denn wir haben ja mal geguckt auf der minimap und wir sind anscheinend das einzige team was so blöd war draußen irgendwas zu bauen so dass man auf dieser live map sieht wo wir unsere basis haben und glaubt uns wir haben nicht nur geguckt wir haben wir haben ja stundenlang die map abgesucht nach irgendwelchen leuten na gut das ist jetzt vielleicht auch übertrieben aber das waren eine stunde glaube ich schon was her damit wir reden mit dazwischen alter haben wir überhaupt monster an ich bin hier unterörtlich und alles dunkel und kein ich weiß nicht das liegt das liegt irgendwie an dem biome das hier kein chunk ist übelst klein ja aber naja biome kann nicht sein weil ich schon das biome ändert sich noch ab einer gewissen dass er ab krank weißt du biome sind in chance eingeteilt wenn wir dann irgendwann mal entschenken können ich bin mittlerweile stufe 20 ich bin stufe 9 wollen wollen wir eigentlich mal offiziell uns verbünden ja ja das war ja 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 warte mama slash plan allein du warst wie es gene mit den instan game also mit dem christian so insane gamers leaders have been asked for an allianz wow daran die bei bbk has an allianz with insane gamers sieht man das im ganzen chat oder nur wir sieht unten im chat und was jetzt anders ist im endeffekt wir können uns gegenseitig nicht schlagen also es ist jetzt nicht nur kein team kill sondern auch kein verbündel allianz kill schon gesagt ah es leckt wieder leckt wieder ja bitte mal die karotten nicht aufessen ich habe noch keine karotten angepflanzt kann ich mir die hälfte ich glaube immer mach mal brot aus dem getreide soll ich mal um den weg zum links machen hier zu geben melonen wir haben ja auf der karte wir haben auf der karte geguckt da habe ich einfach mal melonen gefunden und zu machen ist eine schöne aufgabe für dich für diese folge oder aber das ist sehr weit weg ich glaube ich mache mir ein kleines chips und jet ski oder so ja sag ich doch sag ich ja in der aufnahmepause jetzt zu so als wäre es deine idee arschloch so ist er so ist er motorboot besser was hast du jetzt eigentlich so an sachen so schon gefunden und gemacht was was brauchst du denn ja ne ne einfach nur so interesse halber aber ich habe eine frage bei mir wird dieses too many items recht nicht angezeigt also dass ich da rechts die items sehe wenn ich drücke dann geht nur bei mir options weg dann bist du dann bist du wahrscheinlich im falschen menü drin und wenn du in bg bist also warte mal jetzt sehe ich gar nichts mehr aber begege ich jetzt rein und dann sehe ich trotzdem nichts komisch immer da oben rechts fehlt nur rechts das menü oder ist oben links ist da schaltet regen einsetzen das ist alles weg dann kannst du jetzt mal gucken ob der mod nicht richtig installiert ist oder sowas ich kann auf jeden fall sachen auswählen und so und gucken wie die also vielleicht einfach nochmal wenn du dann nicht aufnimmst in options nochmal also zur frage zurück zu kommen wie auf welchem stand seit ungefähr so wie viel habt ihr jetzt schon so gemacht also wir haben jetzt jede menge eisen ich glaube mal genug für eine rüstung für jeden eigentlich schon fast locker ich hab so viel eisen hier unten du musst einmal runter gehen und du findest genug eisen ähm christian ich hab ich hab einen richtigen minenschacht gefunden ich hab riesen höhlen hier alles voll ich schaffs gar nicht alles zu fahren das ist ähm wir haben richtig glück gehabt in dem sinne ich nehme hier mal so ein bisschen zäune mit ne was ich in der mine finde weil die sind ja relativ teuer aus na quatsch mit dem treecapitator da fällst ein baum und kriegst millionen stack holz raus so nach dem motto ja gut aber jetzt habe ich sie ja gut dann geht es nicht weiter jetzt habe ich sie einmal hier wisst ihr so ähm ist jetzt melonen mission eigentlich findet die mission melone statt oder nicht aber warte ich muss ähm mission melone sollte doch gucken wie man einen helmen äh einen helmen craftet und ich sehe ja das rätst du nicht ähm ist ein auf den kopf gestelltes o ein großes nein 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 stecht da nicht warte das ist ähm ich kann es dir sagen also du hast in der mitte ein eisen barren ok und in den ecken holz also bretter ok ja und ähm oben links unten und rechts sind dann stöcker ok was macht ihr jetzt gerade was kauft der um so ein schiff zu steuern ich habe melonenkerne kürbiskerne und einen sattel gefunden sehr gut ich will trotzdem die melonen holen ja damit die anderen die nicht haben ne du kannst sie ja kaufen vielleicht sollten wir irgendwann mal zum spawn gehen und uns kartoffeln kaufen und ich habe hier irgendwo eine spinne gehört das macht mir soll ich das auch machen ja das liegt ja ernsthaft das liegt jetzt dann überhaupt nicht auf dem weg bei dir ist egal wenn du willst kannst du das gerne machen da solltest du da solltest du vorher mal genug essen 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 spawn ne das kann ich auch machen ähm warte mal du hattest doch irgendwie äh ähm ähm die kohle lass ich jetzt mal hier liegen irgendwie voll angst weil ich hab ich hab gar keinen hunger mehr kein essen mehr und hab hier vorhin spinnen gehört ich muss mal auch mal was essen ich geh mal kurz hoch die kohle nehm ich mit wenn die hier so mit liegt dann wäre ich die schuld oh ach je alter wie tief muss ich denn noch haben ich bin grad mal für 5 und 5 ach ich hab ja noch brot im inventar brot so einfach so richtig dann mag ich mich mal auf den weg zu den melonen ja ok ähm ich geh mal zu ferdinand und hol mal und hol mal ein bisschen gold ich hab noch eine schlucht gefunden diamanten da ist ok ich glaub ich überlegs mir da doch nochmal anders durch zu kommen ja äh aliens was broken äh in äh die admins jetzt fang ich selbst schon damit an so jetzt muss ich mal gucken ob ich irgendwie es schaffe wieder zu dir zu kommen ich muss mich immer mal so ein point setzen so wegpunkte einfach nur damit ich weiß wo ich lang gehen muss grad gar nicht wo ich zu dir komme jetzt so unter ja ja wenn ich wenn ich so höre was die anderen teams alle schon gemacht haben da ist da bist du richtig im nachteil weil du nur so kurz gemacht hast jetzt ne ich wollte halt die erste folge gerendet haben weil ich die heute nacht noch hochlade da meine teamleute sind ja auch nicht wirklich da ja klar das ist auch blöd wenn die dann schon hinkommen und ist schon alles fertig so nach dem motto dann ist es macht auch keinen spaß würde ich also für mich keinen spaß machen es geht eigentlich wenn der eine schon alles gemacht hat ich weiß nicht ich sehe deinen namen meine ja wer welcher ja hab ich hab ich hab deinen namen gesehen ja nein aber ich komm grad ich find grad überhaupt nicht mehr zu dir das ist relativ ähm zu mir solltest dir ach scheiße ich so leute so leute das wird spannend stein abbauen mit hand bälle auch nicht mehr ach hier hab ich mich hoch gebaut genau kann jemand auf meinem pulk sehen ähm ja aber ich hol mich grad zu der runde runter also ähm wenn du wieder kommst guck ich es mir an das ist ja nur ganz provisorisch ja und wieder eine werkbench so nein ich hab keine Stöcke ich hab die Stöcke rausgetan ich hab die Stöcke rausgetan gut äh ich nehm mal von wo ist denn dein gold hast du denn dein gold ferdi das trag ich grad bei mir ich bin auf dem weg ich fahr grad von dem schiff was was soll ich das bringen ja oder wo bist denn du jetzt ähh bei der bei der Stuchte toll oh mein ich seh deinen namen ich seh deinen namen ich seh deinen namen ähm I see your name your name i'm quietly there ich bin da ich bin da oh das ist lecker oh jetzt jetzt hier bist du wie bist du hier her gekommen sehr lang ok ich muss mir gerade noch etwas im inventar was du noch brauchst kann der mal ihr ich tut ja mal hier noch drei eisen rein als notreserve das ist meine stöcker gibt meine stöcker zurück ab deinen stöcker oder zwei stöcker ja komm her ich habe ja noch einiges für dich ich habe auch deine deine diamanten erst mal genommen und bringen die mal oben in sicherheit bei johannin die echten sicherheit ohr als ich kann das nicht alles aufnehmen ich habe immer macht mir auch nur inseln lass lass was das nicht aufnehmen ich habe ja noch um kostet noch eisenherz es okay ich habe das mit dem karten zwischendurch ist echt hat Alexia mein leid aber ich weiß im Moment echt nicht mehr machen soll nee ich weiß keine Kritik an dich aber ganz kurz max wenn du das nächste mal mitkommst runterkommst dann bringst du mal bitte essen ja wenn du sagst okay du musst du mal in sautpark an diesen komischen lehrer denken oh ich muss kurz nochmal die meloden finden wo waren die denn nochmal wir brauchen ja ich hab grad die von links auch noch weißt du noch so dass du ganz ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ich habe nur einen stein weg gemacht damit ich da besser lang gehen kann und findet runter natürlich haufenweise erz und wo komme ich jetzt hier wieder nach oben welcher höhe bin ich denn jetzt 32 aber das beginnt mit dem poten ist echt fix ja die sind recht schnell ne also so schnell wie pferd glaube ich aber die sind sehr schlecht zum händeln ja also es kann eigentlich nichts passieren wenn du gegen land fährst sicher ja du solltest nur nicht am land abstellen ja ja das weiß ich weil dann kann es sein dass es sich verbindet also erde und sand und kies und sowas verbindet sich zwar nicht aber es kann auch sein dass da halt mal irgendein material ist was ich verbinde baum zum beispiel oder das unten ich weiß nicht was keine ahnung was ich für sachen vielleicht eins zwei ja ich weiß nicht ob stein drei vier vier mach du oh diamant fünf wieder fünf dias boah hahaha ich würde ich würde dir nicht mit uns verscherzen läuft hier läuft das muss nur heilen okay alter ich muss nach oben kommen ich finde nicht mehr wo ich hoch komme äh äh seto slash o genial hast du nicht dran gedacht hab äh leute jo ich hab hier ein holzhaus gefunden und ne workbench daneben sieht das aus wie so ein standard holz äh nein das wurde von jemandem gebaut okay warte wo bist du von warte ganz kurz wie groß ist denn dieses haus das ist sehr klein also das sieht aus als wäre hier jemand während der nacht hätte er sich hier reingebaut koordinaten es ist wirklich kein standardhaus es gibt nämlich auch einzelstehende häuser ja also es ist äh da hat sich wahrscheinlich hier einer reingebaut das heißt sieht das aus als würde er als könnte dann nur so eine person einfach sich so reinstellen er kann nur eine person sich reinstellen das war ich haha 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 ja das so war das halt bei mir haha ich musste mich vor den 10.000 zombies schützen haha ja und aus unserer hoffnung kaputt gemacht jetzt ist kein jemand mehr hm haha also gerade hätten wir dir ja noch welche abgegeben aber wieso wir müssen uns unbedingt eine besser geschützte sache bauen für die diamanten und sowas da jetzt noch richtig wie gehen denn diese brot kürbiskerne kohle ich hab wieder so eine ding gefunden brot das kommt mit dem du musst jetzt da nicht essen ein brot ne gar nix ach da ist zevko da unten oh alter da läuft ein name da unten hm vielleicht erstmal sneaken haha also rum bist du bist du ruhig irgendwie wieso wieso sind eigentlich manche leute weiß gibt es das als farbe aber weiß weil jetzt das ist standard glaube ich oder ja eben ich habe noch nicht die farben gemacht ich habe nur von unserem team die farben gemacht die anderen haben ja noch gar nichts ausgesucht wasser komplett unten ganz tief what the fuck weckt wieder grad ein bisschen komm schon öffne die chest alte chest die da oben verdammt wir müssen mehr zombies töten wir brauchen so viel zombie brain für dieses ganze hidden zeug das kamuklauch lol das kamuklauch das kamuklauch aber schon krass dass es echt in der Höhle keine zombies gibt ja ne das liegt an den chunks hier ich habe die zweite schlucht jetzt schon gefunden in diesen paar aufnahmen die wir jetzt schon gemacht haben und noch kein monster gesehen hier unten ich rat euch ich kämpfe nicht gegen ziegen gegen ziegen ja die sind okay die schmeißen sich sechs blöcke hoch eigentlich müsste es hier eine verbindung geben nach dem wollen wir uns nicht immer mal besuchen kommen du kannst jederzeit prinzipiell machen also wie gesagt werden da ja bei mit zzblatt so ein bisschen das problem dass der irgendwie anderen die basis verraten hat die zwar verbündet waren aber die anderen wollten das nicht aber ich glaube bei dir ist das egal weil jeder will das oder hat jemand was was dagegen dass wir unsere basis locations teilen weiß nicht wie es mit galaxy aussieht aber ich sag mal bestimmt kein ärger anfangen wenn es gefällt mir ist dann los ich mich einfach aus dass unsere ganzen sachen na gut wir müssen ihm ja nicht alle sachen zeigen also sowas wie zum beispiel jetzt diesen geheimen augen dort wo ich jetzt das zeug eingepflanzt habe solche räume manchmal nicht alles zeigen weil das so wichtig ist man kann gegnerische teams ausschalten indem man den alles wegnimmt ich muss jetzt gerade mal ausgucken oder einfach an den home von denen lavasitze was es nicht geben sich gerade ist ja einen kleinen aufnahme kann machen ich finde ich wieder so eine große aufnahme haben hat eigentlich jemand auf die zeit geachtet ungefähr 21 minuten das meine letzten kurzen machen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und tschüss von zuschauen